haben wir wieder ein neues spiel, neues glück oh, das ist aber mitten im spiegel auch nicht, aber es steht noch 0 zu 0, oder? wir sind blau, genau, wir sind blau, dann müssen wir da rüber schießen naja, das war nix das ist sehr wiegebolze, ja? scheiße, ich bin unten durchgefahren, das war zu früh gehupft oi, 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 da gehts rund die fliegen rum da, die Jungs oi, 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 oi oi, 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 oi zu zweckfällig. Oh, gerade noch rausgehaut. Oh, jetzt kann er schon wieder so vor ein Tor herum. Oh, vor dem Fall hat er mich weggekickt, der Junge. Das ist ein Gebolze, ich sag's dir jetzt auch. Oh ja, okay, jetzt haben wir Torhammer auf jeden Fall. Herr Lugo hat unser Tor geschossen. Mit Glück haben wir drei Mal, der andere hat es nicht mehr rausgeholt. Ja, haben wir noch zwei null gemacht, gell? Oh, was macht denn der Lugo? Lugo, Lugo, du darfst das nicht rausgeholt, das ist unser Saitner, du Depp. Er hat das Tor verhindert, unser eigener Spieler. Weißt du das? Oh, mein Gott. Aber jetzt kann ich fein spielen, oder? Ja, okay, mal. Du hast es nicht mehr rausgeholt, oder? Wenn Sam muss. Oh, haben wir Glück gehabt, dass er da drüber noch geht. Weg damit, weg damit. Das war natürlich jetzt scheiße. Gell? Der ist blöd abgeprallt. Aber wir haben leider nicht... Da geht es richtig rund, das war klar. Der ist weggeblöd abgeprallt jetzt. Jetzt geht es schon wieder auf mich los. Ich habe mich gleich gekillt, weil ich nur weil ich den Ballangriff war. Machen wir noch einen Fernschuss oder Tor? Ah, ja, halten, der Torwart. Einen Fernschuss habe ich noch gemacht. Ja, hat gut passt, gell.